Herzlich willkommen liebe Zuschauer bei The Way of Business TV. Ich habe ja heute die wundervolle Christiane Komaromi Langenbrunner bei mir sitzen und sie hilft Menschen dabei weiter, vor allem Frauen, wenn sie nicht mehr weiter wissen, über Workshops und mit Karten lesen, richtig? Richtig, richtig. Ich lese Karten oder auch aus der Hand, Menschen Wege zu zeigen, Menschen einfach weiterzuführen, wenn sie an einem Punkt stehen, auf einer Entscheidung stehen, einfach als kleine Mithilfe. Als kleine Mithilfe. Okay, sehr schön. Erzähl mal ein bisschen, wie bist du dazu gekommen? Weil man steht ja meistens nicht irgendwie einen Morgen auf und sagt, okay, ich kann das jetzt oder ich befasse mich jetzt mit dem Thema. Wie hat sich das bei dir entwickelt? Also es liegt bei uns in der Familie, meine Mutter legt Karten und der Großtan hat schon Kartenhand gelesen. Und es war immer noch ein bisschen, ja, so eine kleine Neugierde, auch gerade, was mit Menschen Hände gibt, warum manche Menschen leichter die Hände geben oder einen festeren Händedruck haben. Ich fand das immer sehr interessant, habe es eine lange Zeit von mir weggelegt und erst durch so Schicksalsschläge, die im Leben sind, durch eine Trennung von meinem ersten Mann, kam ich dahinter zu fragen, was dann im Leben wichtig ist, was im Leben dann Sinn macht. Und auf dieser Sinnsuche über ganz viele Bücher und ganz viele Geschehnisse, ganz viele Gespräche, bin ich dann immer mehr in diese Materie eingestiegen. Und ich bin so dankbar für meine Gabe, ich sehe das als himmlisches Geschenk. Ja, schön. Und, also das heißt, du hast dann einfach vor ein paar Jahren dich, sag ich mal, intensiver damit befasst. Also, du hattest die Vorgeschichte in der Familie, du hast dich aber intensiver dann nochmal selber privat damit befasst und hast dann das Ganze, also richtig erlernt oder wie kann ich mir das vorstellen? Oh, nein, ich glaube, das ist so ein Bewusstsein, was sich einfach erweitert. Ich bin einfach wie auf Sinnsuche gegangen und auf diesem Weg, ja, ich glaube, wir haben das alles so in uns, aber wir haben es wie ein Samen in uns und der muss wachsen und der, durch das Bewusstsein, was wir immer weiterentwickeln, wächst dieser Samen, ja. Und ich bin jetzt seit 17 Jahren in meiner Selbstständigkeit und habe es vorher so ein bisschen nebenbei gemacht und fand es immer so faszinierend, Menschen zu beobachten, Menschen zu erkennen, Menschen auch, ja, auch wirklich weiter zu helfen. Das macht mir einfach Spaß, das macht mir einfach Freude, wobei ich nur so ein kleiner Wegweiser bin. Ich will niemandem sagen, was er tun soll, sondern ich versuche, gerade über die Herzens-, über die Seelenebene, den Leuten kleine Wegweiser zu geben. Okay. Das macht mir riesig Freude. Schön. Mit was für Herausforderungen kommen die Leute zu dir? Ach, das sind verschiedene Herausforderungen. Bei Frauen ist es oftmals auch Partnerschaft, familiäre Situation, Beruf, Geld, Gesundheit. Also wirklich mit ganz vielen Dingen, die die Menschen beschäftigen. Hast du eine eigene Richtung, die du am liebsten den Leuten so ein bisschen, sage ich mal, diesen Wegweiser gibst? Oder wo du vielleicht ja auch leichter fällt, gewisse Dinge aufzuzeigen? Ja, diesen Herzensweg oder Seelenweg. Für mich ist so das Motto, dass man morgens aufstehen soll und das Herz und die Seele soll geschwingen. Und wenn das nicht ist, dass man einfach mal nachfragt, was passiert da momentan? Ja, warum wird mir Energie geraubt? Warum, wenn ich morgens aufstehe, komme ich nicht aus dem Bett? Was ist in mir, was mich so abbremst? Und die Leute einfach da hinterfragen. Nicht nur, oh, war meine Familie schlecht, meine Kindheit schlecht, sondern einfach hinterfragen, weil, ja, wir gehen ja alle unseren Weg, wir sind ja alles auf diesem Bewusstseinsweg und da auch zu schauen, was kann ich dann beitragen, ja? Wie kann ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt, sage ich mal, sagen würde, hey, ich fühle mich irgendwie aktuell ein bisschen durch den Wind und weiß nicht so wirklich weiter. Jetzt rein als Beispiel gesehen und ich würde dann zu dir kommen, wie läuft sowas ab? Wie kann ich, also ich habe keine Ahnung, selber mal von gehört und aber so richtig auseinandergesetzt noch nie und ich glaube, die Zuschauer auch nicht alle. Deshalb gib mir da mal ein bisschen so einen Einblick, bitte. Richtig. Also einen Zugang zu den Menschen bekomme ich oftmals über das Handlesen, weil ich ja immer die Hand, das ist das Persönlichste, was jemand mit sich trägt. Ja, in der Hand sind kleine Linien, für mich sind große Linien. Man hat gewisse Lebenslinien, ja, man sieht auch von den Gedanken, man hat eine Kopflinie, die auch zeigt, bin ich ein Kopfmensch oder bin ich ein Herzmensch, wie gehe ich mit gewissen Ursachen oder mit gewissen Lebensaufgaben um? In der Hand sieht man, sag ich immer, man sieht mehr den Charakter, man sieht mehr diese Eigenschaften, das Potenzial des Menschen und das versuche ich auch, wenn ich aus dem Handlesen in die Hand schaue, versuche ich das auch hervorzubringen und in den Karten sieht man immer so aktuelle Details, wenn man in der Situation gerade ein bisschen feststeckt, vielleicht auch eine Entscheidungshilfe braucht, da sieht man diese Details und das ist das, wo ich den Menschen mit auf den Weg gebe und ich habe Leute, die schon viele Jahre und irgendwann geht das Gespräch nochmal viel tiefer, da geht es gar nicht mehr um das Hand- oder Kartenlegen, sondern es geht einfach auch um die Selbstfindung, ja. Und das, was in einem selber steckt, auch herauszufinden, ja, so eine Mission oder so einen Weg zu finden. Okay, also das heißt wirklich, also ich versuche es mir einfach gerade ein bisschen vorzustellen, es gibt ja manche Menschen, die haben dann einfach eine Trennung hinter sich oder verlieren ihren Job oder sind einfach so unzufrieden damit und wenn man da einfach mal eine neue Perspektive möchte und vielleicht auch etwas, was eher aus dem Herzen kommt, dann kann man sich mit ihr da zusammen hinsetzen und du zeigst das Ganze dann einfach auf oder gibt es auch noch zusätzlich dann im Nachhinein Hilfestellung deinerseits, heißt das, dass man sich dann auch überlegt, okay, wie gehe ich da jetzt hin, wie kann ich dem Ganzen, was in meinem Herzen inne wohnt, auch mehr Raum geben, dass ich das nach außen bringe. Ja, mein Schwerpunkt ist auch, mir die Leute dann auch hinterher noch an der Hand zu halten, ja. Ich habe auch oftmals Workshops, ich habe auch eine Bewusstseinsschule, das ist so eine Gruppe, die habe ich schon seit 36 Monaten, wir treffen uns alle vier Sonntags und dann reden wir über die aktuellen Situationen, man geht so ein bisschen nach, um mehr bewusst wahrzunehmen, ja, um auch Aura zu sehen oder Chakren zu aktivieren, um einen selbst zu aktivieren. Mein Motto ist eigentlich quasi, entfalte dich zum Schmetterling, ja. Mein Motto, ja, der Schmetterling hat so eine schöne Bedeutung. Ich hatte früher nach meiner Trennung, da habe ich Frösche gesammelt und dann ging es immer darum, mir hat mal jemand erklärt, der Frosch hat mit dem Absprung zu tun, aber der Frosch landet immer wieder auf dem Boden. Und irgendwann kam ich dann zu den Flügelwesen, zu den Schmetterlingen und da hatte mir dann, eine gute Freundin hatte mir dann gesagt, schau mal, du bist nicht mehr der Frosch, der sich auf den Boden muss, du bist jetzt einfach dieses Wesen, das auch sich traut, von Blüte zu Blüte zu springen und einfach lebendiger zu sein. Und das ist für mich so das Motto des Schmetterlings, ja. Schwendigkeit und Freude ins Leben zu bringen. Okay. Also das heißt, ihr trefft euch dann da alle vier Wochen und tauscht euch einfach auf intensiver Ebene aus. Richtig. Genau. Und diese Workshops, also lass uns da mal bitte ein bisschen reinschauen. Gib mir mal ein paar Anhaltspunkte, was passiert da, was machst du da mit den Leuten? Also bei den Workshops oder bei den Vorträgen geht es mehr, ich mache auch immer mal so einen Engelabend, das ist halt ganz besonders was für Frauen, für Mädels. Und da spreche ich oft, was jetzt in der aktuellen Zeit auch, weil jeder Monat hat ein Engel, ein Erzengel an der Seite stehen. Diesen Monat ist es Haniel und wir sind so ein bisschen von der Venus auch diesen Monat gelenkt im Oktober. Da wird halt darüber gesprochen, was auch die geistige Welt so ein bisschen für uns parat hat. Und bei den Workshops oftmals geht es auch um unsere Gedanken, oder auch um Liebe zu leben. Es gibt so viele Menschen, die sich nach Liebe sehen und so eine verkehrte Vorstellung davor haben. Die das einfach so allgemeinieren. Und ich sage immer, Mensch, seid selber Licht und Liebe. Bringt dich selber in die Welt. Und das Licht hat auch viel mit Abtanz zu tun. Akzeptanz zu der Situation, was jetzt im Moment ist. Und aus diesem Punkt halt einfach nach vorne zu gehen. Und das ist das, was ich den Menschen dann gerne auch auf meinen Workshops vermittle. Sehr schön. Du hast gerade das schöne Thema Liebe angesprochen. Ich glaube, so gerade in den letzten Monaten ist vielen Menschen bewusst geworden, dass sie sich nochmal mehr vielleicht eine Partnerschaft wünschen oder einfach jemanden intensiver in ihrem Leben zu haben, als vorher sowieso schon. Weil, wie du sagtest, auch viele Menschen da draußen sehen sich danach. Was gibst du den Leuten gerne am meisten mit? Du hattest jetzt gerade schon was angesprochen. In Bezug sei einfach selber liebevoll und, sag ich mal, Licht für andere. Aber, naja, was sagst du jetzt jemandem, der einfach konkret mit diesem Wunsch kommt, der ja auch verständlich ist, hey, ich möchte jetzt einen Partner und eine Partnerin haben. Gut, ich versuche mir bei den Menschen dann erstmal an diese Selbstliebe zu gehen. An dieses, ich stehe ich selber zu mir. Bin ich glücklich mit mir? Bin ich zufrieden? Brauche ich einen Partner, brauche ich einen, brauche ich einen, ja. Ich denke immer, wenn man etwas braucht, wenn man etwas benötigt, ist es der verkehrte Weg. Eine Beziehung, eine Beziehung, es sollte eine Bereicherung sein. Es sollte ein Miteinander sein und nicht nebeneinander, um zu sagen, oh, ich habe jetzt jemanden und... Es ist so schwierig, das so in Worten auszudrücken. Das ist immer so individuell bei den Personen, die mich fragen. Ich glaube, viele Menschen haben so ein verkehrtes Verständnis von Liebe, weil wahre Liebe macht frei. Wahre Liebe lässt einen wie ein Schmetterling, lässt einen einfach munter und glücklich durchs Leben gehen. Und so wie die Menschen das als Bedürfnis sehen, wird es schwierig, ja. Okay, ich verstehe. Also wenn man zu sehr dieses Verlangen danach hat, dass man es haben muss, sage ich mal, um sich besser zu fühlen, ist es eigentlich der verkehrte Ansatz nach deiner Meinung, okay? Richtig, richtig, weil alles, was wir denken, das muss ich haben, das macht mir so bewusst, dass was fehlt. Und in dieser Eigenliebe, in dieser Selbstliebe, da hast du das Gefühl, da ist alles eine Bereicherung, ja. Und das sieht so schön an, wir haben einen Hund, und es ist schon so schön, wenn ich morgens nur die Bettdecke ein bisschen wackele und dann merke ich, wenn mein Hund sich freut, dann höre ich seinen Schwanz auf die Bettdecke, oder wenn ich aufstehe, dann ist es so ein schönes Gefühl. Und das ist für mich ein wahres Gefühl, auch von Liebe, bedingungslos. Ja, okay, verstehe, sehr, sehr schön. Wenn man sich unbedingt einen Partner sucht oder wünscht, dann hat man eine Bedingung, ja. Und das macht es schwer. Und dann sucht man dann wahrscheinlich noch den idealen Partner. Wobei, ich glaube, die Person, die um einen herum ist, ist immer der ideale Partner. Und wir wachsen immer weiter. Und so kann es passieren, dass sich Menschen auseinander wachsen oder auch miteinander wachsen. Gerade bei der Liebe ist es so ein schwieriger Weg. Ich bin Mutter und ich glaube, als Elternteil hat man nochmal ein ganz anderes Gefühl für Liebe, ja. Ja, würdest du sagen, also das sind zumindest Dinge, die ich selber in eigener Erfahrung gemacht habe und vielleicht auch einige Leute da draußen. Wenn eine Beziehung zu Ende geht, ist ja für viele Menschen erstmal, okay, es fühlt sich manchmal schlecht an. Man meint ja auch sehr befreiend, je nachdem, wie die Beziehung verlaufen ist. Aber häufig ist es ja eher so, man fühlt sich dann einsam, alleine. Und man ist ein bisschen auch enttäuscht. Aber ich habe irgendwie für mich selber festgestellt und ich weiß nicht, wie es für die Leute da draußen ist und für dich, aber wenn du einen gewissen Lebensabschnitt mit jemandem verbracht hast und der ist dann zu Ende, dann ist das auch gut so. Oder? Ja, richtig. Und es macht aber nur immer Sinn, wenn man sich trennt, wenn beide dafür bereit sind. Das habe ich schon so oft in meinem Lebensplan festgestellt oder auch bei den Gesprächen mit Menschen. Und ich habe vor ganz vielen Jahren, hatte ich mal einen Bericht gehört, da hatte eine Dame drauf plädiert, dass eine Ehe nur sie Jahre halten sollte. Und dann können die Leute sich entweder trennen oder wieder neu aufeinander zugehen. Und das fand ich so faszinierend. Gerade das kann schon 20 Jahre her sein, ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich fand den Ideengang so faszinierend, weil man sich auch nach sieben Jahren entweder trennt man sich im Guten, weil man merkt, das funktioniert nicht mehr und weil man eine gewisse Entwicklung hinter sich hat. Oder man sagt einfach wieder neu Ja zueinander. Und das ist nochmal so ein wunderschönes, so ein Liebesbereich. Sehr, sehr schön. Und viele Menschen fühlen sich so getränkt in der Verbindung. Die fühlen sich, da ist der größte Wunsch, was die Menschen haben. Und doch ist es oftmals, in vielen Beziehungen die größte Niederlage. Die ist so widersprüftlich. Ich verstehe. Sehr schön. Du hattest ja auch das Thema Selbstliebe angesprochen. Ich glaube, das ist auch etwas, was in den letzten Jahren ja immer mehr auch im deutschsprachigen Raum, sage ich mal, Betrachtung bekommt. Gott sei Dank. Weil es ja jahrelang doch irgendwie gar kein Thema war. Ja, meine Frage wäre jetzt, was kannst du den Leuten da draußen mitgeben, um vielleicht selber mehr in die Selbstliebe zu kommen? Weil ich glaube, es gibt immer noch genug Menschen, die es vielleicht zu wenig oder gar nicht machen. Was würdest du solchen Leuten mitgeben? Sie sollen anfangen, sich selbst zu akzeptieren. So wie sie sind. Und dass sie vertrauen, dass sie richtig sind. Dass sie keinem Ideal nacheifern müssen. Sondern wirklich dieses Leben, was sie haben. Dieses, was sie haben. Und dieses ein paar Fünschen mehr. Eine Rolle am Bauch mehr. Oder ein Pickel im Gesicht mehr. Einfach anzuerkennen und dankbar zu sein. Für das Leben dankbar für sich selbst. Weil jeder spielt eine Rolle in seinem Leben. Eine wichtige Rolle. Und das, was außen ist, das ist so eine Verpackung. Und nur weil die Verpackung ein bisschen angeschlagen ist, sind manche Menschen sehr kritisch mit sich selbst. Und ich glaube, oftmals liegt es schon an der Verpackung, dass Leute nicht schaffen, sich selbst zu lieben. Und was mir auch oft auffällt, ist, wir haben so Beifacht bekommen, wie wir sein sollen. Vielleicht sind wir traurig und die Leute sagen, du musst nicht traurig sein oder wir sind wütend. Und auch da wird dagegen gesprochen. Und aus dieser Situation heraus kommen wir in das Gefühl, wir sind nicht richtig so, wie wir sind. Und wenn wir das wieder lernen, dass wir akzeptieren, wir sind heute mal ein bisschen traurig oder ein bisschen wütend. Und wenn wir das anfangen zu akzeptieren, wirklich so, wie wir sind, in dem Moment, wie wir sind, ist das schon ein großer Akt einer Eigenliebe. Ja, sehr, sehr schön gesagt. Du hattest ja gesagt, dass du überwiegend mit Frauen zusammenarbeitest, was ich bei dem Thema auch durchaus verstehen kann. Ich glaube zwar auch, dass es mehr und mehr Männer da draußen gibt, die sich auch für sowas bewusst öffnen, einfach um mal neue Gedanken auch zuzulassen. Dennoch würde ich gerne mal bei den Frauen nachfragen, hast du da in den letzten Jahren feststellen können, vielleicht eine Berufsgruppe an Frauen, die häufig zu dir kommen oder eine gewisse Altersgruppe? Nein, eigentlich, nein, gar nicht. Auch da, ich glaube, es sind 70% Frauen und 30% Männer. und die kommen von allen Schichten, ja, von allem, ja. Auch alle Nationalitäten und ich finde es einfach faszinierend. Ja, es gibt keine. Manchmal kann man sagen, wenn es jetzt ganz junge Leute sind, da geht es vielleicht mehr noch um Partnerschaft. Also diese Themen von den Menschen ändern sich so ein bisschen, ja. Okay. Aber ich kann das nicht unter ein Kamm scheren. Es kann auch eine 70-Jährige kommen, die sich neu verliebt hat, was ich wunderschön finde. Ja, schön. Hast du dann auch so bestimmte Übungen, die du den Leuten mitgibst oder so Tools, einfach um vielleicht selber mehr in so eine innere Wahrnehmung zu kommen? Ja, ich versuche, ich sage immer Leuten, drückt euch mal ein bisschen so die Thymusdrüse, reibt die mal ein bisschen, weil das uns wieder offen macht vom Herzchakra her. Wo sitzt die? Kannst du das ein bisschen näher beschreiben? Ich sitze hier am Brustbein. Am Brustbein. Also hier, genau, da wo du jetzt auch deine Hand hast, da hast du die Thymusdrüse, so ein bisschen reiben, ein bisschen klopfen und dann wird die wieder aktiviert und dann kommen wir mehr in unsere Stimme, in unsere Ruhe. Und wenn wir sehr müde sind, bitte ich den Leuten immer an, die sollen mal mit den Händen so über den Kopf streichen, wenn sie sich mit den Fingern kämmen. Und es gibt auch wieder eine immense Kraft, ja. Das merkst du vielleicht auch, das macht das nicht ein. Doch, doch, schön. Und das sind so ganz leichte Übungen, ganz kleine Impulse, die man geben kann. Okay. Ansonsten, ich denke immer, Mensch, Leute, hört auf eure Stimme, guckt. Ja, wenn ihr jetzt, ja, wenn jetzt irgendwas ist. Marina Fox hat immer so schön in einem Buch geschrieben, sie ist morgens wach geworden und hat sich energielos gefühlt und hat dann an ihre Seite geguckt und gedacht, oh, wer liegt da neben mir? Und da ist ihr so bewusst geworden, dass das nicht mehr ihr Weg war, ja. Dass das der Energieraub war. Ich glaube, da ist wirklich immer in sich reinzuhören. Ja. Macht mir jetzt Freude, ja. Wofür kann ich nicht dankbar sein? Oh ja, Dankbarkeit ist sowieso immer ein sehr, sehr schönes Thema. Kann ich gar nicht genug betonen an die Zuschauer da draußen, dass man das sehr, sehr regelmäßig pflegen darf. Du hattest ja auch gerade diese Stimme angesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass bei vielen Leuten da draußen diese Kopfstimme sehr, sehr dominant ist. Aber wir haben ja zumindest so, was ich so kennengelernt habe die letzten Jahre, korrigiere mich, wenn ich da falsch stehe, aber es gibt ja eigentlich auch diese wahre Stimme des Herzens. Ja. Hast du da irgendwie einen, wie kriege ich da besseren Zugang zu oder wie kann man, sage ich mal, als Neuling in dem ganzen Bereich überhaupt, wenn man auch seine inneren Stimmen hört, wie kann man denn diese Stimme ein bisschen mehr wahrnehmen und dir auch ein bisschen mehr Vertrauen schenken oder so? Hast du da irgendwie Ansätze? Ja, ich glaube, als erstes ist es wichtig, sein Leben ein bisschen zu entschleunigen. Mhm. Vielleicht mal ein bisschen in die Ruhe zu gehen. Vielleicht eine Meditation, wobei viele Menschen tun es schwer, mit diesem sich längere Zeit da irgendwo hinzusetzen. Ich meditiere manchmal so ein bisschen, wenn ich meinen Hund streichle, ja? Oder ich gucke einfach mal eine Kerze an und gucke einfach mal ins Kerzenlicht. Was auch sehr schön ist, mal so ganz bewusst mal den Himmel oder die Wolken zu beobachten. Einfach mal das Leben so ein bisschen zu entschleunigen, ja? Ja. Und nicht so, wir haben so gelernt, so Multitasking zu sein, so ganz viele Sachen auf einmal zu machen. und vielleicht das eine, wenn ich jetzt Geschirr spüle, dann spüle ich einfach mal Geschirr ganz bewusst, ja? Oder wenn ich telefoniere, tue ich nicht zwischendrin noch bügeln, sondern wirklich mal ganz bewusst dieses eine machen, ja? Und das bringt uns ein bisschen mehr in unsere Mitte, das bringt uns ein bisschen mehr in uns selbst, ja? Vielleicht, ja, nicht so viel, nicht so viel im Computer suchen, nicht so viel Informationen suchen, sondern selbst mal schauen, was passiert momentan in mir, was spüre ich momentan. Ich habe damals angefangen, das, was ich spüre, dann bei den Gedanken zu hinterfragen. Da hatte ich ganz viele Notizbücher. Ich hatte quasi eine Frage und hatte dann eine Antwort und dann habe ich überlegt, warum kam mir diese Antwort? Und wenn die Antwort kam, kam ich wieder mit diesem Wort warum und habe das immer notiert und notiert. und so war auch der Weg, so mehr in mich zu finden. Und wenn ich heute diese Hefte lese, durchlese, ich muss so oft darüber schmunzeln. Aber wie gesagt, wir sind hier auf dem Weg, immer bewusster zu werden. Und ich glaube, dass unser Bewusstsein, dass das schon da ist, wir knüpfen es nur jedes Mal an. Jedes Mal kommen wir ein Stück weiter und wir können es jederzeit anknüpfen. Und das finden wir, wenn wir wirklich in der Stille sind und auch noch, wenn wir dankbar sind für das, was im Moment um uns herum ist. Ja, schön. Du hast das Schreiben angesprochen. Würdest du schon sagen, dass dieser Schreibprozess einfach ein sehr, sehr wichtiger Prozess ist, um mehr nach innen zu kommen? Er war für mich wichtig. Ja. Weil nicht mein Denker da, was weiß ich, auf 150 Bausteine gehüpft wäre. Das war einfach für mich wichtig, um mich ganz bewusst darauf zu konzentrieren. Sehr, sehr schön. Liebe Christiane, wo kann man dich antreffen? Weil du sagtest ja, ihr habt diese Runden regelmäßig da. In welcher Region wohnst du? Ich wohne in Ginsheim. Das ist bei Mainz. Also zwischen Mainz, Wiesbaden, Rüsselsheim, so ziemlich in der Mitte. Okay. Am Rhein. Wunderschöner Ort. Hier in dem Haus wohne ich mittlerweile seit 20 Jahren. Schön. Und wo kann man dich online antreffen? Ich habe eine Homepage. Ja. Das ist www.lebenshilfe-butterfly.de. Also da kann man mich antreffen. Sehr, sehr schön. Cool. Packen wir auf jeden Fall auch unten mit in die Show Notes mit rein. Ansonsten würde ich gerne noch mal wissen, vielleicht fern ab von deiner Arbeit, in dem eher ja doch, ich nenne es jetzt einfach mal spirituellen Bereich und auch wenn du Leuten einfach, sage ich mal, einen neuen Weg aufzeigst. Was machst du, was machst du speziell für dich, um dich glücklich zu fühlen oder um glücklich zu sein? Ich glaube, da muss ich gar nicht viel für mich tun. Mich macht es glücklich, diese Kontakte zu diesen lieben Menschen, das macht mich glücklich. Es macht mich glücklich, jeden Morgen aufzustehen und in den Spiegel zu gucken, selbst wenn ich irgendeine neue Falte entdecke, dass ich einfach sage, ja, das bin ich, ja. Das macht mich glücklich. Was mich auch sehr glücklich macht, ich werde jetzt Oma, jetzt in knapp sieben Wochen. Oh, schön. Ein Engelkind, ein kleines Mädchen, das ist was, was mich glücklich macht. Und, ja, ja. Ich kann es gar nicht sagen, es ist einfach so ein Gefühl von innen raus. Ich fühle mich einfach wohl, ich fühle mich einfach beschützt und behütet und dankbar. Dankbar, glücklich, ja. Herrlich. Ja, Mensch, dann wünsche ich dir alles Gute für dich, deine Tochter und dann deine zukünftige Enkeltochter. Ich sage, vielen lieben Dank für deine Zeit und, ja, wünsche dir weiterhin alles Gute. Liebe Leute, liebe Zuschauer, wenn ihr mit dem ganzen Thema euch einfach mal anfreunden wollt oder einfach mal mit Christiane sprechen wollt, dann geht auf die Homepage, meldet euch bei ihr, ihr könnt ihr auch eine E-Mail schreiben und, ja, in dem Sinne, traut euch, geht mal vielleicht von den, sage ich mal, alten Faden etwas runter, schaut euer Bewusstsein mal an und lasst euch gerne begleiten. Ich sage vielen Dank und, ja, auf Wiedersehen. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.